Heute bin ich in der Flughafenshow in Hamburg-Irden. Mein Name ist Manfred Schönebel, ich bin hier vom Besucherdienst des Hamburger Flughafens. Ich freue mich, dass du da bist und ich möchte dir ein bisschen was vom Flughafen zeigen, wenn du möchtest. Ist damit einverstanden? Ja. Wir haben hier einmal den Flughafen in klein, das ist so ein kleines Modell vom Flughafen. Und das haben wir hier alles aufgebaut, genauso wie das draußen ist, haben wir das aufgebaut hier. Und wenn du möchtest, dann zeige ich dir mal ein bisschen was vom Flughafen. Komm mit. Okay, freut mich. Komm mit. Das sind unsere Channel 1. Das ist das Channel 1. Das ist das Channel 2. Und hier bauen wir gerade einen Einkaufszentrum. Das soll jetzt Ende des Jahres nur eine Einkaufszentrum verursachen. Was wir eben gespielt haben, ist jetzt hier auf dem Weg zu. Lande erlauben nöt, der Kapitän setzt am Schulanbruch. Wann kann man euch besuchen? Also, es ist so, Emily, wir machen von Montags bis Sonntags, fahren wir um 10, 12, 14 und 16 Uhr, diese Modell schauen. Und dann bieten wir noch rundfahrendes Gewänder. Da fahren wir mit einem Flughafenbus ganz dicht an die Flugzeuge ran. Wir gucken uns an, wie die Passagiere einsteigen. Wir gucken uns an, wo das Kerosin lagert zum Beispiel. Flugzeuge brauchen ja Kerosin. Und wir gucken uns zum Beispiel auch an, wie das Gepäck eingeladen wird. Das kann man bei uns durchführen, wenn man das möchte. Und Kindergeburtstags feiern zum Beispiel auch. Wenn man Kindergeburtstags feiert, dann kann man auch eine Modellschau mit Runden verpacken. Und man kann bei uns in den Restführern, jetzt kann man sogar schönes Essen geben. Pommes frites, Currywurst oder Spaghetti. Der Flughafen Hamburg hat ein neues Gebäude gebaut. Da stehen wir jetzt genau vor. Komm mal zu mir rüber. Guck mal da. Dieses Gebäude ist das neue Terminal 1. Das haben wir am 25. Mai 2005 in Betrieb genommen. Und das hat ungefähr 160 Millionen Euro gekostet. Ganz viel. Zu uns gerichtet, da können wir jetzt den Kapitän sehen. Das ist der Kapitän, den wir jetzt hier sehen. Und auf der anderen Seite sitzt der Co-Pilot. Ich will dir mal zeigen, wo das Gepäck reinkommt. Was hältst du davon? Also die Passagiere nehmen ja Gepäckstücke mit, logischerweise. Badehose, Zahnbürste, Zahnpasta, was man alles so braucht. Und das muss ja alles im Flugzeug mit reinkommen. Ein bisschen dürfen die mitnehmen im Flugzeuginneren, also in der Kabine mit rein. Aber der Rest kommt in einen Laderaum rein. Das ist ein kleines Propellerflugzeug. Dieses Propellerflugzeug, das ist eine Fokker 50, so heißt dieses Flugzeug. Und da haben die so einen kleinen Laderaum da hinten. Kannst du das sehen? Soll ich dich da ran fahren? Pass mal auf. Liebe Emily, siehst du eine Abfedernsposition. Das ist eine ganz große Maschine. Und dieses Flugzeug kommt aus den Vereinigten Emiraten, aus Dubai. Und da kannst du sehen, oben sitzen die Passagiere. Dann ist das eine Zwischendecke und dann ist da ein Kellerraum sozusagen. Und das ist der Frachtraum von diesem Flugzeug. Ein Treibfall von den Flugzeugen ist Kerosin. Und die Flugzeuge verbrauchen natürlich viel, viel mehr Kerosin, wie Autos zum Beispiel. Und darum kommt der LKW, der Tankwagen mit so einem großen Tank, und das wird dann in die Tragflächen reingepumpt. Und in den Tragflächen, da sind die Tanks der Flugzeuge. Da wird das Kerosin reingepumpt. Das war die Flugzeuge. Und das war die Flugzeuge Hamburg Airport.